Machst du uns die Gläser nochmal voll? Ich hab da nicht was vorbereitet. Jetzt bin ich ja gespannt. Geil! Schön, dass du da bist. Ja, ich freu mich. Das wird aufregend, glaub ich. Guck mal, wie wir das angucken. Du hast auf jeden Fall gesagt, ich hab die Blumen mitgebracht. Und warum erzähl ich dir aber gerne in einem Mainz-Gespräch. Das hab ich mir ganz frech vorher überlegt. Oh, ganz frech. Ich hab drauf gehofft, dass ich nicht ein einziges Gespräch habe. Hatten wir an dem Abend auch. Man blickt zurück und denkt, so lange ist es schon her. Also gerade, wo ich da stand mit dem Blumenstrauß, bin ich als erstes aus dem Auto rausgekommen und jetzt bin ich hier. Oha! Das ist ein geiles Bild. Boah! Das ist ja krass. Ich kann dir nur sagen, ich hab ein absolut gutes Gefühl. Geil! Krass, oder? Na gut, guck mal, das sieht natürlich. Das sieht natürlich weltklasse aus. Na guck mal. Oh! Ist sie aufgeregt? Mhm. Oh! Kleine Heimchen unter dem Regenschirm. Oh, das ist schön! Ich suche als Bachelorette meinen Traummann und ihr bestimmt das nächste Video. Falls ihr den Abo-Button sucht, findet ihr den hier. Hier könnt ihr ganz einfach den Kanal abonnieren. Und ganze Folgen gibt's übrigens hier auf RTL Plus.